Anwendende Talks, wertvolles neues Wissen und Visionen, die das Leben verändern werden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sind mit diesem Stream jetzt am Ende angelangt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das nächste Mal gerne auch wieder. Ich würde sagen, Happy Birthday Techquartier. Wir gehen jetzt ordentlich hier zur Aftershow feiern und das Problem feiern. Und natürlich das machen, was man hier am allerbesten machen kann. Und zwar fleißig networken. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao!